Dann kommt unser Intro. Jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt muss der Lukas dann halt zack 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 zusammenschneiden. Prosit, na ja! Boah, ist der krasig! Ist eigentlich ganz lustig. Dazwischen könnte man immer ein Liedchen singen. Absatzi, Absatzi. Okay. Außerdem darf ich nicht Corona sagen, fällt mir grad ein, sonst kriegen wir ur das Problem. Tatsächlich, den... Ah scheiße, da steht Corona, das darf ich nicht sagen. Weltweit 175.000 neue Mitarbeiterinnen. Corona-Regel. Verdammt! Vor der Pandemie in der Pa... Scheiße, Pandemie darf ich nicht sagen. Oh, du, du. Okay. Ich höre das Handy. Das ist sicher die Oma. Und ich höre mein Handy. Letztes Problem. Kommen für die gleiche Arbeit. Ah scheiße. Irgendwie floht es halt nicht. Außerdem... Leute, jetzt noch das Telefon. Kannst du da ganz kurz rangehen? Eltern... Man kommt... Die mit. Fast eine Monument... Nochmal. Für die Verwendung der XXL wertvollen Marke XXLutz. Das sind drei X. Verdammt. Nochmal. XXXLutz. Das muss ich nochmal sagen. XXXLutz... XXX. XXX. Okay, da ist schon ein Bug drin. Du nochmal zurück. Diese zu viele Nasen sehe ich hier. Ah, falsche Richtung. Zu viel, zu viel. Zurück, zurück. Ja, okay. Gerade noch bevor die Autowaschanlage losgegangen ist. Aber wir müssen noch warten auf die Autowaschanlage. Gutes Timing. Oh, ausgibst und ich höre die Autowaschanlage. Ich glaube, ich bin zu müde. Gut. Jetzt noch ein MC Blacher Satz. MC Blacher Satz. MC Blacher Satz. MC Blacher Satz. Was sag ich? Was sag ich? Die Menschen fragen, ob sie wollen, dass man faire Melone macht. Ist irgendwie komisch. Können wir den Satz nochmal machen? Flächende... Dammit. Mach mal zurück. Das ist der letzte Satz. Verdammt. Na Gott sei Dank. Oh mein Gott. Gesteck.